er hat er hat versenkt versenkt dann haben wir da guck mal da ist doch weg damit auftrag abgeschlossen aussagen stockfisch benötigt haben wir in kolm schon stockfisch ja hätten wir dann nehmen wir den nur an 270 270 stock die holgason wurde auch stärker flitze ritze ist hier konvoi eisenfaust walczak ok ok schnecke dahin jetzt habe ich die marito gerade runter geschickt bodenschreck den haben wir da das ist die flitze ritze die mache pass auf dem machen wir eben folgen tuch so das bringst du nach goetheburg sie hat 88 kanonen die dbn reicht aber nicht reger käse achte du nimmst von hier stopp ich ne 300 abrissebener reger da hast du gerade das schiff brauche ich da schon wieder neun hause hafenschutz geh mal aufräumen schnecke flitze ritze jagen 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 dankeschön haben wir den schon mal weg die kommt jetzt nicht raus dann die feige ratte hatte ich kriege ich auch noch keine sorge dich kriege ich auch noch die ich kriege ich auch noch dh 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 Jagen, jagen, du musst ihn jagen. Bitte was? Bitte was? Okay, 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 okay. Ah, die Schnecke kommt, die Schnecke kommt, die räumt jetzt auf. Die räumt jetzt auf. Lafitti versenken. Ich hatte hier irgendwo noch einen Auftrag, ne, glaube ich. Ich glaube, ich hatte hier noch Stockfisch. Ich glaube, ich habe hier noch einen Auftrag, ne, glaube ich. Ich fahr mal da hoch. Das ist der, dann hast du hier die Eisenfoss, Eisenfoss, Eisenfoss. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Black Shadow, einen Haufen Schiffe verloren. Den raus, dann packen wir den rein. So. Ich kann die Kammer, die fährt man hier runter. So, Eisenfoss. Und bringen wir nach Lübeck. Dann müssen wir nämlich die Black Shadow auf... Ne, wir lösen die Eisenfoss auf. Wir lösen die Eisenfoss auf und packen die in die Black Shadow rein. So. Machen wir das so rum. Die Schnecke fahren wir reparieren. Ja. Reparaturschnecke. So. Haben wir das auch schon mal. So. Bitteschön, das ist auch erledigt. Da, 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 da. Da ist die Eisenfoss. Du solltest doch hier... Da solltest du doch hin. Holgasson versenken. Gäste auf. Oh, das ist das, 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 das. Es wurde Standort für eine neue... Es wurde ein geeigneter Standort für die Gründung einer neuen Hanseenniederlassung gefunden. Nein, wir haben noch genug Städte hier. Ja, wir haben noch genug hier. Gesundheit, danke, und noch wiedersehen. Ja, guck mal, ein paar Klamotten können wir auch noch haben. Ein bisschen Pech. Da, 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 da. Das ärgert mich, ne? Das ärgert mich, dass er mir jetzt den ganzen Konvorzen... Reuter weggehauen hat. Aber der Sven kommt zurück. Wie, 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 wie. Ah, Rettungswagen. Äh, Eisenfass. Organisiert. Black shuttle. Black shuttle. Organisiert. Zah. 132 kanonen wunderbar und raus mit dir ganz direkt mal aufräumen fahren wer kommt da wenn mit tuch tuch kannst du nach goetheburg bringen die black shadow manche kann nur matrosen der bräuchte matrosen und sollte man vielleicht man steht ihm welche holen dann sollte man da vielleicht mal ein paar reinpacken aussagen erhöhung oder produktion von honig könnten wir machen annehmen du fährst normalen möge es holz und stein holen ich glaube das ist ja auch holz haben wir kornblock wurde ausstärker solche in köln holz hatten wir black shadows zielstein nach städt hat sagt königsberg die wird immer noch repariert kleidung wird benötigt haben wir die noch auf dem lager liegen nein ludwig wurde auch stärker wenn es hier so das packt so raus das packt so rein das kannst du ja auch auspacken dafür packst du das noch ein da bringt sie eben meine königsberg so wenn du das hast wirst du repariert das in den konto so da kommt der marito zurück kalander hafen schutz ja ich weiß gar nicht mehr wohin mit dem jetzt interessanter ich weiß gar nicht mehr wohin damit ach du ahnst es ja nicht du ahnst es ja nicht hier fahrt man an london das kannst du da werft hat alles in sondern werft den vor die füße keine ahnung wohin da ist die black shadow die black shadow kann von goetheburg metall waren nach stavanger bringen ja auch wir haben ja nur 6000 herum fliegen ne dann fährt die hier getreide oder keine ahnung fälle haben wir keine fälle haben wir keine die kann metall waren nach rega braucht rega metall waren ja rega hat keine also bringen wir da metall waren hin in london london marito ist in london was sagt mir die gilde 60 und drei millionen post 60 und drei gibt es denn hier schafe 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 ist denn hier los hab versenken die black shadow was habe ich gesagt die bringt metall waren nach rega so weg dann haben wir hier wo nicht west 33 hoch 360 rohmetalle nach königsberg könnten eigentlich da einkaufen 360 rohmetalle so haben wir gekauft und königsberg werfen die dann aus dem lager haben wir gar nicht aber ist ja auch nicht schön kommen da kommen die black shadow das funktioniert was hat jetzt wenn denn geladen das dahin auftrag abgeschlossen schnecke mehle schnecke 208 kanonen du brauchst jetzt mal paar matrosen so raus mal lübeck neue matrosen holt fahr mal hier hier müsste eigentlich ein pirat hängen fahr mal na danzig da guckst mal ob du da noch ein papi so dass dann bringst du das nach rega du kommst mit jetzt bräuchte ich für königsbecken neun hafen schutz hier bräuchte ich für königsbecken neun hafen schutz das raus das raus dann wird jetzt wenn erstmal repariert repariert reparieren so marito der kommt da so so pech und fälle okay pech und fälle pech und fälle weg der fährt dahin haben wir hier matrosen stockfisch nein haben wir nicht haben wir nicht müssen wir doch hier irgendwo noch ein schiff über haben oder nicht kornblock versenken gammelschipper würze gewürze wird auch repariert ja das passt da kommt die schnecke bang 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 watzacken eigentlich flensburg qualan keiner mehr auch lang keiner mehr die schnecke könnte aber was hat mir da wolle haben wir hier ein kleines wolle problem noch nicht ganz honig aber ist nicht schlimm dann kann die schnecke jetzt nach flensburg die schnecke fährt nach flensburg geht wolle holen und bringt das dann mal nach eddingburg außerhand normalmüll da könnte jetzt dann eben machen annehmen normalmüll und kannst du nämlich mit holz wieder kommen kornblock in der nähe von groningen hängt er in der nähe von groningen kannst du hier ausladen so und dann bringst du das mit hab versenken da ist die schnecke 3000 einheiten wolle nach eddingburg bitte sehr schön dann haben nämlich da auch ruhe hier steht die black shadow so bitteschön den haben wir ja auch noch du fährst mal runter nach königsberg dann läuft das doch alles sehr schön sehr sehr schön dann läuft das doch alles das ist so schön da ist jetzt wenn der kann noch das packst du rein das packst du da rein bringt er noch getreide nach goetheburg wunderbar dann haben wir das so alles fertig sehr schön stavanger braucht wolle jeder man teil abladen jeder mal ein teil abladen